Und gleich Endnote 7,0. 401 Gulevus, ein 5-jähriger Holländer vom Stand-up von Up-to-Date mal in Dorado und wird vorgestellt von Bastian Thewes, Rahlklub Heidehof Oberneuland, im Besitz von Melanie Bartling. Durch das Gedränge der Menschenmenge, bahnen wir uns den neugreiften Weg. Entlang der Gassen, zu den einzelnen Kassen, über die Brücke, bis hin zu der Musik. Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen. Wo die anderen warten, um jetzt zur Stadt anzugehen. Alle Tage wie diese, das fand ich schon in der Zeit. Alle Tage wie diese, haben wir noch gelegt. Das hier ist ewig, ewig für heute. Wir stehen nicht still vor einer ganzen Nacht. Kann ich traf mich durch die Leute? Ach, keine Angst. Grundgleichendnote 7,4. 853. 853.